Der Planet der Affen. Irgendwie. Ich hab die Filme nicht gesehen. Tja, Lungslücke, oder? Alter, er spinnt doch! Kann doch nicht machen! Wer spuckt denn schon mit... Oh, lol. Fresse! Ich glaub, es hackt. Ganz ehrlich. M-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m. Wow, 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 wow. Gib mir. Gib mir. Ich hab ne Melone. Sie ist weg. Pass. Ey, ich will ihn offen nicht. Oh. Ganz ehrlich. So, ein Dreister. Ganz ehrlich. Was wär ich rangekommen? Ich wär wahrscheinlich noch rangekommen. Mhm, nein, nicht klauen. Klauen, ist auch cool. Lol, wie ich halt von dem Gras nochmal verlangsamt wurde, wodurch ich wahrscheinlich jetzt nicht auf die Sonnenblume komme. Ja, sonst, ne, wär ich halt nicht verlangsamt worden, wär halt noch ein weitergegangen. So ist das. Das Leben ist kein Ponyhof. Leider. So, ja. Dun, 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 dun. Nein, ich bin noch nicht ready. At Neax. Du, 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 du. Land, oh, da, das ist das leider, was ich meine. Da hab ich meinen Spaß. Oh. Nein, mit euch hab ich meinen Spaß noch nicht. Oh, phew. Ich dachte schon, die fallen über die Kante oder so. Hier, friss den. Splatsch. Ah, da solltet ihr nicht drauf springen, aber ich glaub, das habt ihr selber gemeint. Ach, aus diesen Dingern werden noch Plattformen, falls ihr dagegen stoßt. Nein. Bam. Geh mir mal. Lauf nicht nach links. Okay. Das war. T-t-t-t-t-t. Hm. Und weiter geht das. Ähm. Na komm, wir wollen wieder hoch. Pads. Genau. Doch. Geht doch. Boah lol, nur für... Oh, du bist mir zuerst ehrlich. Hm. Und hab ich das? Nee. Pfff, ich dachte schon. Komm schon, komm schon. Alles, was wir hier haben. Wie gesagt, man sollte nicht drauf springen. Ähm. Das war die Treppe. Sehr nice. Halt, one hit, das richtige getroffen und weiter geht's. Da, 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 da. Komm her. Ach ne, hier kann ich eh nicht lecken. Mach da ingen hier, aber von hinten. Da lassen sie sich lecken. Oh man, so viel Zweideutigkeit ist nicht gut. Warte mal, hier war irgendwas Besonderes, das weiß ich. Zwei rote Münzen. Ja, das sind sie. Lasst euch von ihrem Tanz inspirieren. Jetzt sind es noch zwei. Und wie sie mit ihrem Arsch wackeln. Das fand ich früher so geil. Ich hab mich mit meiner Mutter beömmelt. Ach ja, die gute alte Zeit. Wo man noch zusammen Videospiele gespielt hat. Ja, meine Mutter hatte auch Super Nintendo, ein N64, eine PS2. Das war schön. Ich weiß noch, wie ich hier immer bei A Link to the Past helfen musste. Hat sie einfach nicht hingekriegt, die Gude. Aber ich war ja da. So, oder die ganzen Rayman Stages, die verrückten. Tja, das waren noch Zeiten. Da war ich noch in der Grundschule. Und in der Orientierungsstufe. Mann, 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 ist das lang her. Ich bin so alt. Ich bin so alt. So, Wasserspiele. Cool, Wasserspiele. Das Mund hat mich doch sofort wieder auf. Das ist aber Matsch hier. Kein Wasser. Wow, was will er denn? Hätte er wohl gedacht, ey. Na gut, dann wird er halt nicht geleckt. Merket. Ich sag jetzt lieber nicht Kinder, weil das nicht passt. Wer bläst, wird auch geleckt. Ja. Ganz alte Philosophie unter Autofahrern. Nicht nur unter Autofahrern, aber... Naja. Ihr wisst, was ich meine. Hoffentlich. Alle Nord-Tuner, die beim ersten Nord-Tuner-Treffen waren und sich das Auto angeguckt haben, was ich meine. Die wissen, was ich meine. Oh mein Gott. Pads. Ich glaub, da krieg ich auch dicke Eier von, wenn ich den esse. Ja, ach. Ich will nicht so eine angebissene Melon. Oh, was ist er denn? Mr. Langhans. Pads! Lol. Wie das halt Skill war. Oh, lol. Wie ich halt den Helikopter verbaselt hab. Aber naja. Brauchen wir nicht. Ähm. War hier irgendwie was Besonderes? Ne. Okay, dann folgen wir dem Fall. Das kann ja nur gut sein. Ähm. Okay. Wie machen wir das denn jetzt? Puh. Ja. Und so, ne? Okay, da kommt man nur als Helikopter-Fuzzi längs. Und das hab ich mir grad irgendwie verbaut. Da krieg man keine großen Eier von. Aber. Muss ja nicht noch einen anderen Weg geben. Na, klar. Na, klar. Was soll ich denn hier? Pads. Ich hab unterschiedlich große Lanzen. Bäm. Nehmen wir halt noch die Sonnenblume mit. Und wir hätten auch eigentlich gleich wieder rausgehen können, weil dann die... Der Weg resettet ist und wir mit dem Helikopter fliegen können, aber... Ja. Pads. Jetzt geht es... Jetzt geht's richtig los. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Helikopter und einem Hubschrauber? Ich wusste es mal. Aber ich weiß es nicht mehr. Klärt mich auf. Irgendwie. Schreibt's in die Comments. Falls es überhaupt wen interessiert. Komm zurück! Oh, der Matsch hier. Das geht gar nicht. U-Boot ist da. Oh, wir müssen mit dem U-Boot. Wir wollen nicht. Wir müssen. Dann seht ihr es auch mal. Wir haben jetzt Maulwurf, Auto, Hubschrauber, Helikopter. Das ist immer U-Boot. Und die... Wer kennt sie nicht mehr? Die Fische. Super mal. Ich kann ja auch... Piu-Piu. Sehe, das ist ja noch der... Wow. Ja, ist böse gewesen. Und das war... Ast rein. Jetzt... Fla! Wurde Fliegs sagen. Und dann habe ich es auf Fahr geändert. Also Fla mal weiter. Äh, ich bräuchte das nächste U-Boot. Ja, also komm ich weiter. Komm schon. Oh, Mann. Oh, pfuh. So knapp. Sonst wäre ich wieder ganz nach vorne gesetzt. Sonst wäre ich wieder ganz nach vorne gesetzt worden. Ah, ich glaube, das ist richtig, oder? Oh, Mann. Pads. Jawohl. Und hoch da. Weiter geht das. U-Boot, ey. Unter Wasser. Ah, geht gar nicht. Auch wenn man U-Boot ist. Ich habe einen Frosch gegessen. Oh, nein. Ja, verpiss dich doch, Alter. Mir ist das... Ladde. Ich habe ein Leben, reicht mir. Eine Krabbe mit Schaum vom Mund. Noch eine Krabbe mit Schaum vom Mund. Und ein Fisch, der gegen meinen... Oh, er will mir die Eier weglecken. Oder will er sie mir nur lecken? Ich weiß nicht. Ich lasse mir vor allem schon keine Eier lecken, ey. Jetzt runter hier. Den ganzen Matschpalast. Ach, rein hier. So, jetzt benutzt die Tür. Dazu ist sie da. Ah, zweideutigste Videoserie ever. Was denkt ihr? Ich weiß es nicht. Es geht die ganze Zeit nur um Eier. Ah, da kann ich nichts für. Oha. Habe ich den Affen noch in eine Münze verwandelt? Oh. Jetzt haben wir über das Ziel hinaus geschossen. Mann, 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 Mann. Ah. Jo. Dreißig. Sechs. Eins und fünf. So. Schmeiß rüber. So. Pass. Mr. Frosch. Berg. Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Berg. Berg's Festung. Du-du-du-du-du-du-du-du. Ah, ich erinnere. Mich. Soll ich gleich noch dazu sagen. Wow. Das habe ich natürlich gesehen, dass die böse sind. Und er hat einen Affen zersmutscht. Geplättet. Und so. Er weiß, dass ich ganz lustig immer neue Worte benutze. Hup. Hup. Oh, was für ein Fisch ist das denn? So ein Wichser. Ich war gerade dabei, einen neuen Speed-Rekord. Ach du. Wie gesagt, ich war gerade dabei, einen neuen Speed-Rekord aufzunehmen. Okay, wir nehmen die Tür. Dazu ist sie da. Das haben wir vorher schon gelernt. So. Pels. Pels. Ähm. Na, so klar, dass ich hier wieder falsch bin. Beziehungsweise, na, es ist... Na doch. Man kann falsch sagen. So, und jetzt mache ich es wieder ganz spannend. Was ist hinter der Tür? Man weiß es nicht. Aber im nächsten Video werden wir es herausfinden. Bis dann!